Hi! Wir sind jetzt hier bei mir zu Hause. Ich bin aus London zurück und wollte jetzt unbedingt mal zeigen, was ich zurzeit zum Frühstück liebe. Und zwar esse ich sonst immer gern Haferflocken im Winter, aber jetzt wird es so warm und es ist natürlich mehr Lust auf etwas Frisches. Und viele von euch haben mir geschrieben, dass sie unbedingt das Rezept mal wollen, weil ich das immer in der Story zeige. Und hier kommt es. Also, was braucht ihr dafür? Ich zeige euch das mit dem Überblick. Ihr braucht einfach einen Mixer oder einen Stabmixer. Irgendwas zu mixen. Ich habe hier immer meinen kleinen mit, auch auf Reisen. Dann gefrorene Beeren. Eurer Wahl, ich liebe Himbeeren. Eine Banane. Gefroren oder frisch. Dann mixe ich noch Vitamin B12 rein, irgendeine pflanzliche Milch. Hier ist Kokossoß. Dann Aloe Vera. Ist auch sehr gesund und erfrischend vor allen Dingen. Genau. Und die Toppings zeige ich noch gut. Womit fangen wir an? Ich mache das immer nach Gefühl. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Genau. Die Himbeeren und dann am besten die Flüssigkeit. Fangt lieber mit ein bisschen weniger Flüssigkeit an und macht Maha mehr rein. Genau. Das mixe ich jetzt erstmal. Weil mein Mixer jetzt kein Hightech-Gerät ist. Jetzt müssen wir es immer wieder mal checken. Ich glaube, das reicht aber schon mal für den Anfang. Hat er schon gemixt. Dann kommt ein Schuss Aloe Vera rein. Ungezuckert. Einfach Aloe Vera Juice. Mit der Banane warte ich noch. Und jetzt noch mal den Mixer. Mit der Banane warte ich schon mal! Dann blande einen Schuss U. Da muss ich in Okay? Mir ist schon ein zu sein. So doing sex gustado So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt kommt die Balane rein. Ich mag am liebsten welche, die wirklich schon richtig braun sind, weil die dann noch süßer sind. Also die Stücke jetzt hier rein. Und dazu. Zu guter Letzt noch der MWB12. Das könnt ihr rein machen, müsst ihr aber nicht. Ich glaube, das habe ich sogar von der App. Also nicht schwierig zu bekommen. So, das ist schon mal die Grundlage. Hat auch eine tolle Farbe ehrlich gesagt. Das ist pink. Und das fülle ich jetzt hier in meine zwei Schüsseln rein. Normalerweise in eine. Aber ich mache mal was für Verbeeren mit. Und ja, wenn ich unterwegs ist, wenn ich jetzt zum Beispiel los muss hier nach und muss zum Job, dann kann ich das so einfach mitnehmen und beim Job trinken. Aber heute habe ich ja mehr Zeit und deshalb kann ich mich noch mit Toppings austoben. Und das zeige ich euch jetzt. Also, als erstes verteile ich das jetzt. Ich hoffe, ich kleckere nicht. Aber ich bin echt begeistert. Ich hoffe, die Farbe sieht schön aus. Und jetzt zeige ich euch die Toppings. Ich liebe Beeren. Weshalb, ja, immer Blaubeeren. Ich hoffe, ich bin am liebsten Blaubeeren. Die kommen jetzt erstmal hierher. Ich hoffe, die versinken nicht alle. Wenn ihr es noch kühler haben wollt, dann könnt ihr es natürlich nochmal in Frittur packen. Aber ich möchte es direkt essen. So, ein paar Blaubeeren. Dann Hanfsamen. Sind super, um nochmal mehr Proteine reinzubekommen. Und das sättigt euch noch länger. Also, davon ein paar. Dann bin ich total auf dem Kokos-Trip. Deshalb müssen bei mir Kokos-Chips rein. Die nochmal hier. Ich nehme ungefähr von jeder Zutat so einen Esslöffel. Das ist eine gute Richtlinie. Dann, wenn ihr möchtet, für die gesunden Fette, einfach für den Crunch noch ein paar Nüsse. Und was habe ich hier noch drin? Nüsse, Sonnenblumenkerne. Und, was ich mir heute Morgen gemacht habe. Die habe ich immer im Kühlschrank. Und zwar sind das Cookie-Dough-Bälle. Aus Bohnen. Aber das ist nochmal ein weiteres Rezept, wenn ihr das sehen möchtet. Da ist auf jeden Fall Proteinpulver drin, Bohnen. Ja, nur Gutes. Und dunkle Schokolade. Davon kommt nochmal drei dazu. Und wer es noch süßer möchte, hier nochmal sowas ähnliches wie Agaven-Sirup. Nur Fruchtextrakt mit Kokosnuss wieder. Deshalb, davon kommt nochmal was drüber. Und dann sind wir auch schon fertig. Frühstück. Das ist die fertige Bowl. Sie sieht echt gut aus, wenn man hier reingeht. Ja, das ist das fertige Rezept. Das ist das Frühstück. Und ja, dass es mir jetzt schmecken. Guten Appetit.